Was? Was? Mann, du bist so selbstverliebt. Ich hab ne wunderschöne Stimme. Nein, aber Rocco, du bist... Ich hab dich genommen. Was hast du, was hast du? Grundlegende Dinge im Leben, oder? Das war die Frage, ne? Toni! Oh, nee. Ja! Servus, hier ist der Rocco von Borussia. Hallo, hier ist der Toni von Borussia mit dem Club Borussia 23. Heute testen wir, wie gut wir uns kennen und spielen das Spiel Wer von euch? Dann legen wir los mit Frage Nummer 1. Wer von euch beiden ist besser organisiert? Erster Punkt. Mal klar. Aber kommt mit dem Alter. Ja, komm. Sehr guter Start. Frage Nummer 2. Wer von euch beiden bekommt eher eine gelbe Karte wegen Meckerns? Boah. Boah, scheiße. Schwer. Punkt. Ja, ja. Genau so, Junge. Schlau, schlau. Warum? Weil ich kann meine Emotionen manchmal noch zügeln. Bei dir geht's dann durch, ne? Ja. Auf jeden Fall. Sehr gut. Frage Nummer 3. Wer war denn in der Schule der größere Mädchenschwarm? Also wenn ich jetzt ehrlich antworten müsste, dann andersrum. Rocco, Rocco, bitte stopp. Okay, Punkt. Das stimmt. Das stimmt nicht. Der stimmt zu 100%. Der ist so selbstverliebweise deswegen. Du hast keine Ahnung was du da machst. Ne, ist okay. Aber taktische Antwort. Ja, gut so. Das ist so. Das gefällt mir gut. Frage Nummer 4. Wer ist denn schneller? Also Toni, jetzt. Ja, 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 ja. Komm. Okay, Punkt. Der denkt immer erst schnellerweise nicht. Bin ich auch. Nein, wir haben es faktisch mit Zahlen bestätigt. Es stimmt nicht. Wie schnell läufst du? 32? 34,1. 34,1. Sag deinen Wert. Ja, okay. Gut. Haben wir es faktisch. Wer würde denn eher einen eigenen Song veröffentlichen? Ne, da ist die erste Uneinigkeit. Was? Was? Mann, du bist so selbstverliebt. Also ich habe eine wunderschöne Stimme. Nein, aber auch nicht. Ich habe dich genommen. Dicker, ich habe dich genommen. Ja, aber du willst doch eher einen Song machen. Du bist doch so der Rapper. Was? Ich bin viel zu schüchtern. Du bist selbstverliebt und hast keinen Charme. Ja, ne, aber... Ne, was ja. Ja, das merkst du. Danke. Ja, man, dumm. Ja, echt. Ich habe erst eher in die Richtung so Rap gedacht, weil du bist ja so einer, der auch das vertritt so ein Ja, ja. Kommt, okay. Denk mal ein bisschen. Weiter geht's. Wer ist denn romantischer? Oh Gott, das ist... Punkt. Ja. Ist klar. Warum ist das klar? Ja, weil... Erst Thema? Ich glaube, liegt auch daran, dass ich schon eine Freundin ab und zu weiß, wie es geht. Stimmt. Aber das kommt dann mit der Zeit. Ja. Wenn du Fragen hast, fragst du mich. Selbstverdienst, sag ich doch. Nächste Frage. Wer schafft mehr Liegestütz am Stück? Nächste Frage. Habt ihr schnell geantwortet. Richtig, ja? Ja, natürlich. Ja, aber... Ist klar. Ne? Mach mal so in die Kamera. Na, wird frech. Leider, aber du schaffst auch schon viel. Das ist immer knappe Geschichte. Oder? Nein. Ne? Nehme ich auch. Also eigentlich schaffe ich mehr als du. Das war wie Leider-Üstin. Doch, doch. Auf jeden Fall. Weiß selber, Toni. Wer beim Gym am besten ist. Weiter geht's. Ihr seid sehr gut unterwegs. Wer würde eher in einem Reality-TV-Format mitmachen? Nächster Punkt. 100 Prozent. Da seh ich dich. Da seh ich dich auch. Wenn du in der Karriere bist. Sag mal welche. So Love Island oder so. Da bist du. Ich sag dir eine. Du gehst steil. 100 Prozent. Die Karriere nach der Karriere. Weißt du, wie du bist mit Laura? Some of the Stars. Doch, doch. Da passt du rein. 100 Prozent. Hab ich schon mit Janine darüber geredet. Doch, doch, doch. Guckst du das? Nein. Ich schaue es. Der schaut das. Genau deswegen sage ich nein. Ja, ja. Aber da passt es perfekt rein. Doch, 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 doch. Toni. Du bist bereit. Die Leute, die labern in Stoß. Die ganze Zeit. Da wird nur Quatsch gelabert. Da pass ich überhaupt nicht ein. Deswegen, ja. Aber wenn die nicht so viel Blödsinn machen würden und das nur um die Challenges gehen würde, würdest du sowas machen? Genau, das haben wir auch gesagt. Die Challenges würden wir alle gewinnen. 100 Prozent. Ja? 100 Prozent. Doch, deswegen will ich, dass du da bist. Nicht wegen den Leuten. Ja, aber dich sehe ich so bei, so take me off. Boah, Digga. Hör auf. Kennst du die ganzen Datingshows, Rocco? Ja, doch. Ich kenne schon viele. Ja? Warum denn? Woher? Laura. Und so die Mädels da, die Gruppe. Und welche gefällt dir am besten? Boah. Ich muss sagen, jetzt die aktuelle Staffel von Sommer aus der Stars ist schon richtig gut. Aber das ist ja keine Datingshow. Achso, Datingshow. Sorry. Stimmt ist keine. Aber machen sie auch mal schnell zu einer. Datingshow, Tentation Island, VIP war schon echt geisteskrank. Also, wie die da drauf sind. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist wirklich. Also, wenn das wirklich so alles passiert ist. Ja, ja. Entertainment. Ja, wirklich. Wahnsinn. Kannst du nicht so mitreden? Du guckst das nicht? Ich guck sowas nicht. Ach, schade. Ich bin ja nicht so. Du bist ja eher so Serien-Typ, ne? Ja. Aber ich habe alles schon durchgeguckt, deswegen. Ja, aber ich gucke auch mehr YouTube als du. Ja, stimmt. Noch viel Fohlen-TV? Ja, nur. Hast du so Benachrichtigungen an, ne? Ja, auf jeden Fall. Sobald ein Video kommt, eine Sekunde später habe ich das. Na ja, gut. So, genau das wollen wir hören. Top, vielen Dank für die Werbung. Wie viele Punkte haben wir bis jetzt kurz dazwischen? Ich habe nur einen falsch bisher. Einen falsch? Von wie vielen Fragen? Ich glaube, ich habe acht gestellt und ihr habt sieben richtig. Acht gestellt. Weitermachen. Die Quote ist top. Zwei Fragen haben wir noch. Jetzt wird's tricky. Wer würde denn eher, passiert natürlich nicht, aber wer würde eher den Geburtstag des anderen vergessen? Boah. Boah, schwer. Wir beide sind schlimm. Ja, das ist bei beiden so ein Ding. Seid ihr beide vergesslich? Oh. Punkt! Ja, weil ich habe noch so einen Kalender, wo ich es mir eintrage. Nee, sowas mache ich überhaupt nicht. Deswegen. Im Notfall kommt bei mir dann diese Benachrichtigung, der und der hat Geburtstag. Aber das passiert. Hast du nicht böse gemeint? Naja, komm. Mit solchen Dingen bin ich einfach nicht gut. Komm mal ehrlich sein. Richtig gut. Ja, aber so gut. Punkt für uns. Richtig, richtig gut. Letzte Frage. Wem von euch haben eure Eltern früher mehr durchgehen lassen? Punkt! Ja. 200 Prozent. Ich hab's nur Scheiße gebaut. Weil du jünger bist. Ja, er war der jüngere. Ich hab nur Scheiße gebaut. Und wir haben uns gezofft. Der Ärger bekomme ich nicht. Du warst ja ein provokanter Mensch früher. Extrem provokant. Und der wusste halt, dass er immer recht kriegt. Aber, äh, kein Problem. Hab ich abgeertet. Ja, komm. Neun von zehn. Also, pff. Das geht nicht viel besser. Top. Die Quote müsst ihr aufrechterhalten in Spiel zwei. Dann haben wir gewonnen. Jetzt machen wir weiter mit Spiel Nummer zwei. Das heißt, wie gut kennst du? Top. Sehr gut. So, wie selbstbewusst seid ihr, dass ihr das Ding jetzt nach Hause bringt? Vollkommen. 100 Prozent. Kennt ihr euch gut? Ja. Schon. Das testen wir jetzt. Frage Nummer eins. Gegen welche Mannschaft hat Rocco sein Bundesliga-Debüt gegeben? Was ist die richtige Antwort? Meins. Top. Man, natürlich weiß ich, das hab ich nicht gucken können. Scheiße. Scheiße. So schlecht war es nicht. Gegen wen hat Toni denn in dieser Saison getroffen? Das weißt du, Rocco. Reicht einer? Ja, ne? Mann, Rocco. Ne, ich meine, gegen welche Teams? Ich hab nur ein Team getroffen. Echt? Wir haben es geguckt. Ja, ich weiß. Ja, okay, das kenn ich. Rocco ist dich nicht sicher? Rocco, bitte. Ich hab einmal einen Doppelpack geschossen in meinem Leben. Ja, du hast Doppelpack gemacht, ja. Ja. Ich hab das ja auch gesehen. Ja, wir haben es vorgestern auch geguckt oder so. Zusammen. Boah, Scheiße. Ne, jetzt ist es falsch. Warte, kurz überlegen. Ich hab eine Vorlage in den Doppelpack geschossen. Ja, ja. Okay, ich weiß jetzt echt nicht 100%. Ich glaube, ich bin auch falsch. Zeig einmal in die Kamera. Hörst du auf? Paderborn? Ja, Junge! Boah, krass. Große Erleichterung. Boah, wichtig. Sehr wichtiger Punkt. Ich wäre richtig sauer, wenn du es nicht gewusst hättest. Warum? Ach, ne. Aber weiß ich ja nicht. Paderborn. Okay. Ich bin so viele Mannschaften, die ich kenne. Frage Nummer 3. Welches Sternzeichen ist Rocco? Ach du Scheiße. Die Frage habe ich extra andersrum gestellt, weil Rocco, ich weiß, du kennst Sternzeichen. Aber warte, ich überlege gerade auch, was er ist. Ah, ich weiß nicht. Sternzeichen? Ich kenne nur mein Sternzeichen. Ich kenne kein anderes. Warte, darf ich seines kurz sagen? Ja. Du bist Krebs, oder? Ja. Ja, richtig. Toni, du kennst... Nein, Rocco, ich... Es ist... Du ärgerst dich, wenn die Antwort kommt, oder was? Ich weiß. Kennst du überhaupt welche? Ich kenne zwei Stücke, äh, drei Stücke. Welche kennst du? Ja, dann ist das dabei. Wassermann, Skorpion und Krebs. Ja, keine Ahnung. Okay, was hast du aufgeschrieben? Ich bin noch dabei. Sag nicht Wassermann. Doch. Mein Gott. Okay, ist falsch. Zwilling. Was? Ich bin Zwilling. 29.05. Ja. Ich weiß nicht, ob du Geburtstag hast, aber was sind die Sternzeichen? Ja, stimmt. So, nächste Frage müsste dann ein Easypunkt sein. Wann hat Toni Geburtstag? Ja, komm. Ich muss überlegen. Ja, komm. Fünfter, siebter. Richtig. Also haben wir erst zwei Fehler, ne? Von allen? Ja. Sehr gut. Ihr seid noch gut. Noch. Weitermachen, weitermachen. Welche Musikrichtung hört Rock immer am liebsten? Mein Gott. Ich höre alles, das ist das Problem. Ja, der hört echt viel. Das ist... Ja, okay. Pass auf. Das ist so falsch. Das ist der Wahnsinn. Okay. Und? Okay. Hip-Hop. Ja. Eigentlich Haus, aber ich habe gehört, wie du einen I-Punkt gemacht hast. Ich schummel ein bisschen. Nein, aber Hip-Hop höre ich auch gerne. Oh Mann. Was ist dein Lieblings-Artist? Meinst du aus dem Hip-Hop? Ja. Boah. Oder generell? Nein, generell. Schon Drake und so Fischer. Hausmusik. Wer ist das fußballerische Idol von Toni? Du weißt, dass du weißt. Ja, normal. Das ist echt nicht schwer. Hast du? Ja, habe ich. Neymar? Ja. Super. Punkt. Wir sind da. Wir sind so gut dabei. So, jetzt kommen die zwei komplizierten Fragen, bei denen die meisten scheitern. Aber weitermachen. Wir haben zwei Fehler erst. Ihr habt erst zwei Fehler. Fokus, Fokus. Wir gehen mit zwei Fehlern hier raus. Punkt. Okay. Okay. Jetzt wird's tricky. Rocco, was kannst du besser als Toni? Boah, ich... Da gibt's ganz viel. Ja, er schreibt safe alles auf. Nein. Du musst aufschreiben, was du denkst. Was du denkst? Was er auf. Was er sagt. Also, was er besser kann als du. Toni, halt's einfach. Was für einfach. Halt's einfach. Es gibt ein paar grundlegende Dinge im Leben. Okay, ich wüsste was. Ja, dann schreib's auf. Kochen. Es ist sogar richtig. Ja, ne? Ja, sehr gut. Ja, ja. Das ist wirklich ein Big Point. Sag ich euch, wie es ist. Jetzt... Ich wusste das. Wir kochen Wäsche und so. Ja, ja, ja. Die Frage jetzt einfach komplett andersrum. Toni, was kannst du besser als Rocco? Er könnte schon ein paar Dinge besser, aber das ist so schwierig. Versuch's so einfach zu halten wie möglich. Rocco, denk bitte einfach nach. Denk bitte einfach nach. Ja, okay. Aber... Nein, nein, nein. Okay, ich schreib was auf, aber du sagst mir was anderes. Ich muss lachen jetzt. Mach nichts. Hast du's? Schreib mal in die Kamera bitte. Ja, okay. Ja? Was sagst du? Schießen? Beim Fußball? Was hast du? Was hast du? Grundlegende Dinge im Leben, oder? Das war die Frage, ne? Toni. Oh, nee. Ja. So Wäsche kann ich besser. Kommen kann ich besser. Haushalt führen. Ja, sorry. Ich wollte ja jetzt schlafen. Boah. Nein. Zocken. Du kannst besser zocken als ich. Tut mir leid. Tut mir leid, hast recht. Aber egal, wir haben trotzdem. Daher Fehler nur, ne? Ja. Ne, es sind noch zwei Fragen. Oh, Mann, Rocco. Du freust dich echt zufrieden. Okay, du hattest zur letzten Frage, du hattest gefragt. Grunde Dinge im Leben, oder? Oder was war die Frage? Ja, allgemein. Allgemein. Ja. Schießen kannst du aber auch nicht besser. Natürlich kann ich nicht. Nein, um ehrlich zu. Also, Rocco, bitte. Du kannst jeden in den Fein fahren. Du kannst besser schießen. Du kannst besser schießen. Ja. Wie oft ist Rocco durch die Führerscheinprüfung gefallen, wenn er durch die... Also, ist er... Äh, muss ich Theorie oder Praxis? Toni, Theorie. Wenn du das jetzt nicht weißt, ne? Wie oft ist Rocco durch die Theorieprüfung gefallen? Wenn er das jetzt nicht weißt, dann ist es wirklich hart, ne? Was hast du aufgeschrieben? Achso, ich muss sagen. Ne, ja. Einmal. Richtig. Ja, Junge! Da sind wir doch! Und, allerletzte Frage. Bei welchem Film muss Toni immer weinen? Das weiß ich selbst nicht, oder? Ich hab's schwer. Du bist wie so ein emotionaler Mensch, ne? Überhaupt nicht. Ich auch nicht. Nee, der ist dumm, nee. Passt du? Nee, warte kurz. Schreib einfach drunter. Ja, ich streich. Boah, das ist schwer. Echt? Das ist extrem schwer. Sollen wir eine neue Frage? Ich mach eine neue Frage. Weißt du, was ich aufgeschrieben hätte? Harry Potter, Stein der Waisen. Hätte ich auch eigentlich gesagt was. Boah, nee! Aber ich hätt... Oder fahrst du in Fürs? Bist du dumm? Ja, bei wo die so... Wo der stirbt, Power Walker, oder? Man stirbt doch eigentlich nicht. Hä? Die fahren so auseinander. Der stirbt denn echt? Mann, Digga. Kann man uns letztlich hin. Na, was hättest du gesagt? Auch vielleicht Harry Potter, aber ich glaub, weiß nicht. Ja, was hättest du gesagt? Äh... Avatar wollte ich noch aufschreiben. Ach, Digga. Du liebst Avatar. Ja, aber nicht die... Liebes mal, wenn ich zugekommen, läuft Avatar. Nicht die Dings, nicht den Film, du Vogel. Ja, die Comics-Sache. Oder heißt es Film oder Serie? Film. Ja, guck. Ja, stimmt. Aber der Avatar-Film war trotzdem traurig, ne? Ich hab auch geweint. Dann stellen wir jetzt einfach mal die Frage, welche Schuhgröße hat Toni? In was für Schuhen? In was für Schuhen? Ja. Weil der trägt unterschiedliche in Fußballschuhen. Du weißt es, Rocco. Toni, ohne volle Größen einfach... Okay, gut. Volle Größen? Ja. 45. Ja, Junge! Ja, Alter! Ich wollte ja 46 schreiben, weil du immer meinst, das große Füße. Aber 45 richtig. Jawohl. Dann haben wir... Das waren 17 von 20. 17 von 20. Setz dich hin. Das ist wirklich... Setz dich hin. Setz dich hin. Sehr gut, ey. Top. Also wir sind durch 17 von 20. Damit sichert ihr euch erstmal Platz 1. Verdient. Aber hab ich mitgerechnet, muss ich sagen. Ja, ich auch. Wir kennen uns extrem gut. Hat man auch gemerkt. Wir kennen uns sehr gut. Aber sehr glücklich über die aktuelle Führung. Ich hoffe, das bleibt doch so. Wenn das nochmal verbessert wird, wollen wir nochmal ran, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann nochmal neue Fragen. Nein, 17 von 20 ist ordentlich. Ich glaub, das wird schon schwer zu knacken. Das ist sehr stark. Ja, schon sehr gut. Ihr kennt euch super. Ja. Gut gemacht. Ja. 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 Ja.